Unsere Beziehung zu mobilen Geräten ist viel intensiver und persönlicher, als sie zu Computer je war. Mit wem wir uns befreunden, wo wir uns über die Neuigkeiten des Tages informieren, wie wir unseren Urlaub buchen und wie wir diese Eindrücke miteinander teilen, passiert ausschließlich mobil. Mobile ist nicht das Web, sondern es ist eine Lebenseinstellung geworden. Mobile first, radikal zu denken, heißt, die Strategie konsequent auf die Mobilität der Konsumenten auszurichten. Klingt übertrieben? Ist leicht zu überprüfen. Denken Sie daran, wie es Ihnen geht, wenn Sie bemerken, dass Sie Ihr Smartphone zu Hause vergessen haben. Genau. Mit diesem Bild im Kopf scheint es logisch, dass wir unsere Strategie für Mobile komplett neu denken müssen. Always mobile heißt, den Stecker zu ziehen, auf Reset zu drücken und die Strategie völlig neu zu denken. Mobile first and always. LUNIC 2. Sinn-Marketing-Macher.